So, zum besseren Verständnis wollen wir uns nochmal mit Functional Programming so ein bisschen beschäftigen. Und ja, es gibt noch einen separaten Include hier drin für Functional Programming, denn den braucht man manchmal, wenn wir zum Beispiel eine Funktion als Lambda-Funktion verwenden wollen, okay? Und ja, wir wollen uns das jetzt erstmal ganz kurz angucken mit einer sehr einfachen Funktion. Ich werde das jetzt hier auch mal oben drüber machen und werde hier einfach mal direkt ein Return 0 machen, was mir hier angezeigt wird als, jo, das hättest du auch gleich weglassen können. Aber das ist auch völlig in Ordnung für mich. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Wenn ich hier oben eine Void-Fu habe, die nichts tut im Endeffekt und auch nichts zurückgibt, was ist dann mein Typ und wie kann ich mir die jetzt als Funktion speichern? Vielleicht ist ja dieses Lambda nicht für jeden was. Und das kann ich auch durchaus verstehen. Man braucht ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Und man möchte vielleicht auch vom Scope her die Funktion ein bisschen woanders haben. Man möchte zum Beispiel vielleicht gerade die Funktion einer Klasse woanders oder im Endeffekt eine Methode woanders verwenden. Und das kann man auch durchaus machen, also wenn man sie als Parameter zum Beispiel übergibt. Und das kann man so machen, indem man hier, wir machen jetzt erstmal ein Auto draus. Wir werden gleich noch mit den Typen ein bisschen hantieren. Wenn wir hier Auto-Fu-Wa schreiben, dann ist das quasi eine Variable, okay. Und man kann die ganz normal übergeben an alle möglichen Sachen. Und damit haben wir eigentlich auch schon mal ein bisschen gearbeitet. Und ja, man kann das so machen, indem man hier einfach Auto-Fu-Wa reinschreibt. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was hat das Ding eigentlich für einen Typen? Und deswegen mache ich hier jetzt einfach mal Cout-Fu-Wa. So, Endl, Endl, so. Okay, jetzt gucken wir mal, was hierbei rauskommt. So, wir sehen, hier kommt eine 1 bei raus. Was auch immer das jetzt genau mir sagen möchte. Ja, wahrscheinlich eigentlich nur, es existiert da halt was. Im Endeffekt versucht hier C++ umzuwandeln in irgendwas, was es ausgeben kann, weil es muss irgendwie alles ausgeben können. Aber wir haben ja noch die Möglichkeit, hier einen Breakpoint zu setzen und uns mal das Ganze in einer IDE anzugucken. Und hier sehen wir die Fu-Wa. Das ist jetzt relativ klein. Ich versuche das mal größer zu machen. So, das werde ich nachher wieder zurück machen müssen. Das ist einfach nur furchtbar. Aber, ja, jetzt ist alles groß, okay. Also für die Sehbehinderten, so wie mich zum Beispiel. Ich trage auch eine Brille. Ich habe jetzt hier niemanden beleidigt. Oder beleidigen wollen. Aber, ja, wir sehen hier, der Typ von Fu-Wa ist eigentlich ein Void-Stern, Void-An-Adresse. So, und hier oben sehen wir, Fu ist eigentlich eine Struct. Und hier drin haben wir noch ein Value und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht nicht so super intuitiv. Deswegen lasst uns da wieder rausgehen und lasst mich hier vor allem das hier wieder normal auf die 12 Punkte setzen, damit man auch wieder ein bisschen was erkennen kann. So, also das ist offensichtlich irgendwas mit Void-Stern, Void. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, es ist ja eine Void. Aber es geht noch ein bisschen einfacher. Man kann hier tatsächlich sich das Ganze ausgeben oder man kann tatsächlich hier aus Functional eine Funktion oder einen Funktionstyp holen. Und den findet man als Function. Das hätte man sich jetzt vielleicht denken können. Aber ist natürlich auch getemplated und dazu, wie gesagt, noch etwas mehr. Wir wollen hier nur schon mal ein bisschen angenehm reinfinden. Okay, und ja, hier haben wir jetzt im Endeffekt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe hier einen Int-Parameter und ich gebe ein Int zurück. Return 42. So, und ja, was ich jetzt natürlich für einen Typen habe, ist ganz klar. Ich habe hier ein Int und Int-Typen. So, das bedeutet, ich habe eine Funktion, die aus einem Int einen Int macht. Okay, anders geht es natürlich auch, wenn wir nochmal ganz kurz dahin zurückgehen, wo wir gerade waren, bevor wir irgendwelche Parameter haben, kann ich natürlich auch eine Void-Funktion haben, die einen Void-Parameter benutzt. Und das ist überhaupt kein Problem. Und so kann ich mir quasi hier meinen Typen sozusagen zusammenbasteln. Das heißt, ich habe quasi Parameter und Return-Typ und ja, die geben mir quasi an, was ich hier habe. So, natürlich kann ich jetzt hier keinen Out mehr machen, weil jetzt kann hier mein Compiler nicht mehr versuchen, irgendwas draus zu basteln, was man auch ausgeben kann. Jetzt ist es halt einfach eine Funktion. Und die kann ich auch durchaus aufrufen. Nicht Foo, sondern FooVar kann ich hier durchaus auch aufrufen. So. Und ja, das funktioniert ohne Probleme. Jetzt schauen wir mal, was ich habe, wenn ich hier ein Int A eingebe. Und, ähm, nee, wir machen keinen Return rein. Wir machen einfach nur ein C-Out von A. Dann ist quasi A einfach verwendet, aber eben, also es wird auch nicht wegoptimiert und nichts. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal, wir wollen hier einen 42 haben. So, und wir kriegen ja hier offensichtlich einen Fehler. Das Problem ist natürlich, der Typ ist falsch. Ähm, weil wir haben ja hier nicht mehr nichts als Parameter, sondern wir haben jetzt hier einen Parameter. Und im Endeffekt, die Lösung ist recht einfach. Wir übergeben ja ein Int als Parameter. Das heißt, in den Klammern steht im Endeffekt der Int. Ja, in den Klammern hier oben steht ja auch der Int drin. Und der Typ von der Funktion selber, also der Return-Typ, ist natürlich immer noch Void. Und ja, so funktioniert das Ganze dann wieder. So, das heißt, wir haben jetzt quasi die Typen von der Funktion einigermaßen festgemacht. Gut, aber wie ist es denn, wenn ich hier unten jetzt weitergehe? Was passiert denn hier unten eigentlich mit meinen Typen? Nun, wir können uns das tatsächlich auch mal angucken. Und dazu setzen wir hier nochmal ganz kurz einen Breakpoint, weil wir können ja tatsächlich direkt den Typ von Fu analysieren und schauen mal rein, was denn eigentlich Fu für einen Typ hat. Wir sehen hier, ah, verdammt, ich habe natürlich hier denselben Namen wieder gewählt. Ähm, ja, wir müssen hier natürlich oben erstmal ein Bar draus machen, weil wir hier unten schon Fu verwendet haben. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen Bar haben, damit wir nicht aus Versehen wieder hier mehrere Sachen, ähm, mit demselben Namen haben. So, also wir sehen hier, Fu hat auch wieder einen ganz komischen Typen. Und zwar ist es wieder eine Struct, wieder irgendwas mit Unique, Pointer, Int und dann irgendwas, uh, was ist das? Ja, da kann man, kann man sehr schnell durcheinander kommen. Ähm, deswegen würde ich hier auch wieder vorschlagen, wir probieren doch einfach mal mit dieser Function hier das Ganze zu modellieren. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen knifflig, weil hier steht Auto A und Auto B und hier kommen jetzt sehr, sehr stark Templates zum Einsatz. Was wir aber machen können, ist, wir können so tun, als hätten wir hier in stehen. Ich mache das mal separat, damit wir diese Autos hier nicht verlieren. Ähm, wir machen hier mal den separaten, ähm, und sagen hier mal Atuo, genau, Auto, äh, Buds ist gleich, ähm, wir machen nichts rein, keine Variablen, kein gar nichts, weil da wird es dann wirklich sehr kompliziert. Und hier sagen wir nicht Auto, sondern Int A, Int B und wir geben ganz stumpf ein Int zurück. Weil, wie gesagt, das wird, wenn wir hier wirklich mit den Typen rumhantieren und, äh, Autotypen haben, dann wird das, ähm, geht das stark ins Templating rein. Und wie gesagt, das ist ein Thema für sich, das will ich abgetrennt behandeln. Das ist einfach riesig, ja. Und hier geben wir jetzt einfach mal Return A plus B zurück. So, und dann rufen wir hier einmal kurz, äh, Buds auf. Und, äh, geben das natürlich auch über Cout irgendwie aus. Sowas in die Richtung. Hier ein Endline. Und, ähm, ja, was geben wir hier rein? Natürlich 42 und 1337. Okay. So, und wenn wir das jetzt ausführen, wunderbar. Können wir hier auch machen. Jetzt schauen wir mal, was Buds für einen Typ hat, okay. Mal gucken, ihr werdet sehen, es ist auch wieder, äh, ja, okay. Ihr werdet nichts sehen, weil ich doof bin. Weil ich natürlich hier das Semikolon vergessen habe. Das kann natürlich nicht funktionieren. So, und ihr werdet sehen, hier Buds hat natürlich auch wieder den Type Struct von irgendwas. So, und das ist natürlich jetzt auch nicht gerade hilfreich, sage ich jetzt mal. Aber, ähm, wir können das jetzt ja mal so umschreiben, als hätten wir hier eine ganz normale Function. Das heißt, wir sagen hier, wir haben eine Function mit den Typen. Und, ja, ich führe euch jetzt da schon wieder leicht rein. Mit den Typen, naja, was kommt raus? Es ist ein Int, der rauskommt. Und was geben wir rein? Na ja, ein Int und ein Int. So, und jetzt sehen wir, okay, Buds akzeptiert das. Das heißt, im Endeffekt sind das ganz normale Funktionen, wie diese Funktion hier oben auch. Wir haben jetzt ein grobes Gefühl dafür, wie diese Funktionen funktionieren. Wir können hier auch Buds ganz normal aufrufen. Es funktioniert alles ohne Probleme. Aber natürlich haben wir hier nicht mit Auto gearbeitet. Das heißt, wir müssten hier dann irgendwie sowas schreiben, wie Auto von Auto von Auto. Und das geht nicht. Also wir können hier in diese Template-Dinger, können wir kein Auto reinschreiben. Das funktioniert leider so nicht. Aber ja, das müssen wir auch gar nicht. Wir können einfach die ganze Funktion als Auto definieren und dann haben wir schon unseren Typen. Deswegen müssen wir uns damit jetzt aktuell nicht weiter beschäftigen. Aber wie gesagt, es geht natürlich schon noch. Und ja, da geht es dann mit Typen-Parametern weiter und das schauen wir uns dann separat an. Okay, ja, das war es erst mal von meiner Seite mit Functional C++. Ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht. Es gibt natürlich noch sehr, sehr schöne Funktionen, die einfach, ja, im Endeffekt funktional sind, auch aus der Standard-Bibliothek. Die könnt ihr euch gerne mal durchgucken, aber ist im Endeffekt nichts, was jetzt wirklich eine Erklärung bedarf. Im Endeffekt schaut oder googelt am besten einfach danach, wenn ihr wirklich Bedarf nach irgendwas Speziellem habt. Wenn ihr wirklich was findet, was ihr denkt, Mensch, das muss in diese Reihe hier noch rein, bitte macht das, dann schreibt mir gerne. Ja, da bin ich absolut offen. Können wir jederzeit ein neues Video dazu machen. Und ja, generell schreibt mir, wenn ihr irgendwelche speziellen Themen habt. Also wenn ihr sagt, hey, C++, da muss noch mehr zu. Dann schreibt mir dieses auf jeden Fall mal. Okay, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.